So gehe ich das aus, so was geht. Das ist ein Witzig-gelt, bitte! Wow, was für ein Flash-Mob! Was für ein Flash-Mob! Huh, Epic Failure Nummer! Endlos! Ja, aber volle, he? Flash-Mob trifft sich woanders! Was für ein Witz! Naja, klein aber fein, sollte gerade kein Flashprop sein, aber naja, besser weniger ist gar nichts. Unter anderem? Leider haben wir da 275 gesammelt. Ja, hat noch einmal 25 Euro gewonnen. Was kriege ich, wenn ich mich dafür abfahren würde und die wirklich geben würde? 25 Euro! Ruhm und Ehre! Was heißt hier Ruhm und Ehre? Das kann man nicht essen! Ja doch, Ruhm! Ja, Ruhm Kugel! Was ist los? Wenn ich's ordentlich zusammen schneide, vielleicht noch weiter auf YouTube stehen. Was heißt hier Ruhm? Leute, siehst euch aus! Er hat einen Vorschlag gemacht! Der Mann macht ein Angebot! Ich habe alle im Mai noch eine Ruhm. Hey, jetzt ist kalt, jetzt wird keiner! Hey, Guinness bucht den Rekord! Wenn du noch nie hast so viele Leute genockt um die Eure Zeit! Wie oft siehst du denn viele Leute genockt überhaupt? Außer in der Lederagosen! Äh, im nicht unsprich bohren Zustand! Okay, wollen wir Hamburger oder Cheeseburger? Cheeseburger! Hopp! Cheeseburger! Denn wir wissen, was drin ist! Wir kommen heute mal zu! Ruhe! Rudel, rudel, rudel! Lass mal hinten auf! Bude ist aber nicht stressig! Ich bin jetzt gerade! Ich bin jetzt gerade! Ich bin jetzt gerade! Ich bin jetzt gerade! Rudel, 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 rudel! Das sind alle unter Michael Jackson lieb! Weiter sagen, rudel! Rudel, 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 rudel! Weiter sagen, rudel! Rudel, rudel, rudel! Weiter sagen, bitte rudel! Ich warte noch, dass wir ein Kettenreaktion in den Staaten haben wollen! Ey, nochmal! Ich hab mir ein Kettenreaktion in den Staaten gemacht! Wie denn bitte? Wie denn? Wer fällt hier um? Niemand! Wie gerne Happy Meal! Haha! Ich bin jetzt für alle happy, also! Brot schon halt! Entschuldigung, ich war noch so, wir wollen die auflegen! Entschuldigung, ich war noch so, wir wollen die auflegen! Wir kommen jetzt nahe! Ach, ich hab das gerne! Ich hab das gerne in den Meer! Ich hab das gerne in den Meer! Wo ist das Klo? 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 Ich hab das Klo! Ich hab das Klo! Ich hab das Klo! Ich hab das Klo. Ich hab das Klo! Ach, das Klo! Ich hab das Klo! Hey, guck mal! Ich muss hinten drauf! Hey, hey, hey! In die Kamera! In die Kamera! Action! Drama Baby, drama! Hahahaha! Die ersten flüchten schon! Und... Genau. Stefan, glaubst du am Berger? Nein, danke. Ich weiß nicht, ob ich euch das wirklich mit trauen sollte hätte. Nein. Ich will nicht mal einen Kebab kommen. Ich glaube, ich will nicht mal einen Kebab kommen. Ich muss kommen. Ich muss auch ein Foto kommen. Ich will auch ein Foto haben. Und Cheese! Cheeseburger! Ja! Kampfeinsatz! 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 Wir haben ihn. Und noch drei Piesen, super. Wie heißt es in der deutschen Fernseher, einen Schluck, Bruder? Rein damit! Rein damit! Es war also bekannt, dass Leute hierher kommen. Ja, aber der Manager hat das irgendwie noch geglaubt. Die Frage ist aber, dass du es tun solltest. Mach es einfach! Mach es nicht so? Ja, ja, ja. Mampf, mampf, mampf. Schöne nicht. Jawoll! Darum, 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 darum. Ja, hoffen wir es. Alle drei Damen her, bitte! Alle drei Damen! Bitte her! Ich brauche die drei Damen vom... Das ist aber kein Foto. Das ist Video! Okay. Ne, ich brauche hier quasi... Oh, das ist ein herrliches Bild! Danke sehr! Ne, also... Der Flash war deswegen ein großer Erfolg. Warum? Weil sogar die Angestellten des Lokals quasi angeschrieben worden mitzumachen. Ja, eben. Genau. Keiner weiß ja, wo wir arbeiten. Dafür sind wir mit angeschrieben worden, ob wir Interesse hätten, hier mitzumachen. An dem Rekord 1000 Hamburger. Und dann haben wir Zug gesagt. Wussten aber selber nicht, ob wir heute arbeiten. Ah! Und daher wussten wir das, dass das hier heute passiert. Genau. Sehr schlau ist Management. Danke! Dann, dann, da! Oh! Abschluss des Kommentars! Ja! Das Kommentar bitte! Ja, genau! Fressen! Lecker fressen! Ja!